In Runde 2 und 3 5, 4, 3, 2, 1, stop! Die Stadt Nummer 4, der Krasi am Winkel. Grunewald, Befolgs vom Tempel, Arnendürken auf die Stadt Nummer 5. Die Stadt Nummer 5, 4, 3, 2, 1, stop! Die Stadt Nummer 5, 4, 3, 2, 1, stop! Schönen Atmen! Schönen Atmen! Die Stadt Nummer 5, 4, 3, 2, 1, stop! Schönen Atmen! Schönen Atmen! Schönen Atmen! Vom WSV Warmsteinach, gefolgt von der 26 Emma Kießling WSG. Die Nummer 29, 41 im Ziel, Marlene König und die 52, Malu Göhler. So, Schülerinnen noch. Bereits erfolgt der Start und noch mal kurz erringt Emma Kießling WSG. Herzlichen Glückwunsch. Vier, drei, zwei, eins, los! Statt Nummer 61 auf Platz 2, Max Reinke, gefolgt von uns. Du hast was geübt, dann. Komm, auf geht's! Auf geht's! Sehr gut, sehr gut! Komm! Los, ja, komm, tief! Jetzt greife ich halt nicht! Kommt, Jungs, auf geht's! Komm, tief weit! Sehr gut! Komm, Kendi! Los, komm, Kendi! Komm, Jungs! Komm, Jakob! Los! Lass uns nochmal! Lass uns nochmal! Lass uns nochmal! Lass uns nochmal! Linus Schmidt. Louis Osler gewinnt vor der Startnummer 61. Das ist Max Reinke gefolgt von der... Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Einer nach dem anderen. Langlauf und Biathlon. Siebzig. Vom SC Patenkirchenplatz. Den vierten Platz. Frederik Adam. Platz sieben. Die Startnummer 10. Der heutigen Nachmittag. Um 14 Uhr. Startnummer 1. Adrian Petersbrüder. Die Kugel ist in Flüttemberg, der Kugel von Anger-Rust. Jetzt starten wir mal wieder rein. Antonia Bietmann. Antonia Schneider. Die Startnummer 10 trägt Franziska. Die starten wir 10. Die starten wir mal 10. Wahrheitler. Marlene König ist die nächste Springer. Die starten wir mal 9. Die starten wir mal 9. Die starten wir mal 9. Die starten wir aus Lauscha. Taya kommt in Berlin. Die starten wir mal 10. Er kommt aus Thüringen. Bruno Quastor ist der nächste Springer. Eine starten wir erst einmal obsession. Die starten wir mal 10. Die starten wir auch noch mal 15 Jahre langça. Die starten wir einmal 20 민망. Start noch vorόσiture ist bereit ist Anton Haaren. poderlobe descent fårzą noch ebenfalls innertätigt. Ist bereit Max Reinkel, Felix Wirkal, Felix Meckler, ist bereit Tom Weiss, der war ein Hürde, Luka Gaffa ist der nächste Springer, den Ball von Arbitz, da hat nochmal 26, von zehn. ... armorsitzenden Rundinger vom WSG. ... bereit Timon Heim, ... Menschenschwamm, ... John Art, Julian. Start Nr. 5 Nr. 5 Nr. 5 Adam Friedrich Start Nr. 5 Start Nr. 101 Anna Kröteke Großen und Bekannten Maren Greta Reusel Pauline Ketterer Start Nr. 103 Nina Anklam aus Bad Rhein-Waldes Pauline Ketterer Pauline Ketterer Pauline Ketterer Philária Pauline Ketterer Pauline Ketterer Pauline Ketterer Pauline Ketterer